So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Analyse. Heute sprechen wir über den Coin Terra Luna bzw. machen eine Update-Analyse zu Luna. Und ich werde nicht traditionellerweise die 6x6-Analyse machen, sondern ein bisschen mehr ins Detail gehen, wieso ich denke, der Kurs so stark gewachsen ist bzw. wie das Ganze entsprechend funktioniert und der Zukunft auch funktionieren könnte. Bitte. Ganz, ganz wichtig, herzlichen Dank auch an den Sponsor dieses Videos bzw. dieses Podcast, Shift-Crypto, die ja die Bitbox 02 im Angebot haben. Das heisst, wenn ihr eure Kryptos sicher lagen möchtet, könnt ihr das gerne mit der Bitbox 02 machen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Nun wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spass mit der Terra Luna-Analyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Analyse. Heute zum Thema Terra Luna bzw. es wird eine Update-Analyse zu Terra. Ich habe das bereits eingetragen hier beim Rating. Wir hatten ja vor genau vier Monaten eine Analyse zu Luna gemacht und da habe ich das Ganze bewertet, habe da auch eine Acht gegeben und hatte euch damals im Video erklärt, dass es eines meiner absoluten Lieblingsprojekte ist. Und ich würde sagen, es hat sich in den letzten Wochen mehr als bewiesen. Also auf der einen Seite rein vom Preis her und auf der anderen Seite auch von den Projekten, die effektiv auf den Markt kommen. Jetzt, ich kann so ein bisschen vermuten, wieso die meisten von euch für Terra gevotet haben. Der Grund ist ganz einfach, nämlich dieses Wachstum, Leute, das wir hier sehen. Also wir hatten sehr, sehr lange natürlich krass mit der Korrektur von den restlichen Coins. Auch bei Terra eine extrem krasse Korrektur von knapp 18 runter auf 4 US-Dollar. Und dann ist das Ganze so ein bisschen gependelt, gependelt, gependelt. Und dann ist vor ein paar Wochen, also etwa Ende Juli, der Ausbruch passiert. Und Luna ist bereits jetzt wieder fast beim Allzeithoch bei knapp 21 US-Dollar. Wobei viele Leute sagen, dass wir gar nicht mal so weit davon entfernt sind. Jetzt die erste ganz grosse Frage ist natürlich, wieso ist Luna so stark gestiegen, während der Rest vom Markt sicher gestiegen ist, aber nicht so stark wie entsprechend Luna. Und eines der Erklärungen, das möchte ich euch heute zeigen, nämlich eines der Projekte, das auf Luna läuft, ist das Anchor-Protokoll. Das Anchor-Protokoll erlaubt es euch unter anderem, 20% Zinsen auf eure Stablecoins zu bekommen. Und das natürlich auch in einem Bärenmarkt. Und wer sich an die letzte Analyse erinnert, hat da auch die Fragen hier präsent. Werden die 20% auch in einem Bärenmarkt gehalten? Und es sieht so aus, also bis jetzt, wir können jetzt natürlich auch sagen, dass das noch kein Bärenmarkt war, aber jetzt rein diese Korrekturphase wurde relativ sauber gelöst. Man hat da keine grossen Probleme beobachtet. Die 20% wurden gehalten, wobei eben mittlerweile sind es 19,5% immer noch ganz satte Prozentpunkte auf eure Stablecoins. Die nächste Frage ist jetzt, ja gut, aber was hat das mit Luna zu tun? Ein Stablecoin-UST ist natürlich basierend auf Terra oder Terra-Luna. Aber Luna, der Coin, der hat ja eigentlich grundsätzlich gar nichts mehr mit UST zu tun. Das stimmt nicht ganz, Leute. Denn, ich habe es im letzten Video ein bisschen erklärt, ich versuche das Thema noch mal kurz aufzugreifen. Denn, wenn wir rein vom Rating her schauen, also ich kann euch schon mal sagen, ich werde das Team, die Berater und die Investoren gar nicht gross anschauen. Ich werde hier das gleiche Rating vergeben, vielleicht beim Team sogar noch mal ein bisschen eine Stufe nach oben gehen, nämlich auf eine 8,5. Das heisst, diese Punkte sind für mich gleich. Da könnt ihr auch die letzte Analyse, ich werde das Ganze natürlich verlinken, kurz anschauen. Denn für mich hat sich da nicht viel geändert, im Gegenteil. Ich habe auch letztens in der Mitgliedschaft, für welche ihr euch hier übrigens anmelden könnt, auch letztens ein Projekt aus dem Luna-Ökosystem gezeigt. Und auch da hatte ich das Rating beim Team und den Beratern und Investoren entsprechend gleich behaltet. Das heisst, wir kommen dann eigentlich auch relativ schnell zum Produkt, beziehungsweise zur Technologie, dass ich euch noch mal erklären möchte, wie Luna mit UST zusammenhängt. Und diese Grafik erläutert es relativ gut. Ich habe hier einen Twitter-Account gefunden, welcher so ein bisschen die Entwicklung von UST, dem Stablecoin, im Vergleich zu DAI vergleicht. Und das war Ende Juli. Und da war der Market Cap, also die Marktkapitalisierung von UST, noch etwa 37 oder 38 Prozent von DAI. DAI ist natürlich der grösste algorithmische Stablecoin in diesem Markt, während USDT, also Tether, USDC, komplett eigentlich ein mehr oder weniger zentralisierter Stablecoin ist. So kann man das eigentlich entsprechend deuten. Das heisst, wenn wir diese Grafik anschauen, was sehen wir hier? Was wir hier sehen, ist die Anzahl der UST, die eingezahlt wurde, beziehungsweise eingetauscht wurde. Und um das Ganze zu verstehen, müssen wir auch noch mal den Zusammenhang zwischen Luna und UST verstehen. Und hier gibt es einen sehr, sehr guten Twitter-Post, der das Ganze erklärt. Und zwar, als erstes Beispiel wird USDC gemacht, nämlich wie haltet der UST-Preis quasi die Stabilität? Und USDC ist ganz einfach. Wenn ich ein USDC kaufe vom Markt für 0,9 US-Dollar, sagen wir, der Kurs ist auf 0,9 gesunken, dann wird ein US-Dollar quasi verbrannt, oder ich kann quasi den USDC verkaufen und erhalte dann einen US-Dollar. Und ich stecke dann 0,1 US-Dollar Profit ein. Das Gleiche funktioniert bei DAI einfach anders. Ich kaufe einen DAI aus dem Markt für 0,9 US-Dollar. Ich zahle einen DAI zurück, das sind meine Schulden, und dann erhalte ich einen US-Dollar durch das Kollateral und das sind entsprechend die 0,1 US-Dollar Profit. Jetzt, wie läuft das aber bei UST? Das ist ein bisschen anders. Nämlich ein sogenannter Arbitrageur kauft ein UST, das ist ein Terra Stablecoin aus dem Markt für 0,9 US-Dollar, weil ja der Preis im Markt 0,9 US-Dollar ist. Und dann wird ein US-Dollar an Luna gemintet für ein UST. Das heisst, ich kann dann den Luna für ein US-Dollar verkaufen und erhalte diese 0,1 US-Dollar Profit. So wird eigentlich auch die Stabilität von UST gewährleistet. Und jetzt könnt ihr auch schon die Connection zwischen Luna und UST verstehen. Das heisst, wenn die Leute mehr UST nachfragen, mehr Stablecoins quasi möchten, dann werden mehr Luna verbrannt oder vernichtet. Somit werden mehr Luna aus dem Ökosystem gezogen und der Wert von Luna steigt. Und jetzt kommen wir zu dieser Grafik zurück, nämlich hier, das war etwa von Anfang Juli bis etwa Mitte Juli, so gut im unteren zweistelligen Bereich zwischen 10 und 20 Millionen US-Dollar täglich kumultativ UST, welches dazugekommen ist. Und dann plötzlich, ab Mitte Juli, ist dann fast auf 80 bis 100 Millionen UST gestiegen. Das heisst, ein starkes Wachstum hier. Und interessanterweise, das können wir hier schauen, 15. Juli, jetzt gehen wir auf den Chart und wir können hier etwa sehen, der 15. Juli, hier hat es also angefangen. Das heisst, etwa beim 15. Juli, und ich kann hier rein theoretisch auch den Punkt genau markieren, das wäre hier der hier, Das heisst, ab hier hat es angefangen, dass Luna gestiegen ist. Wieso? Ganz einfach, weil der Preis, beziehungsweise die Nachfrage nach UST auch extrem stark gestiegen ist. Das heisst, hier zum Beispiel 26.27. waren 136 Millionen US-Dollar, 26.27. Und ihr seht jetzt schon hier die grüne Kerze. Also dieses Wachstum, das kommt nicht einfach, weil irgendein Val Luna gekauft hat, sondern das kommt eben auch, weil man durch die Nachfrage nach UST auch Luna verbrannt hat. Diesen Prozess, den nennt man Seniorage, also oder Seniorage, oder wie man es eigentlich aussprechen möchte. Das heisst, wir können hier Wachstum von Luna durch UST. bedeutet so viel wie, wenn die Nachfrage nach UST steigt, wird der Preis von Luna automatisch steigen. Und das haben wir hier in den letzten Wochen beobachtet. Deshalb ist Luna auch von knapp 5 US-Dollar auf fast 17 US-Dollar jetzt mittlerweile gestiegen und wird sehr wahrscheinlich noch weiter steigen. Das wiederum bringt mich so ein bisschen auf die Übersicht, nämlich wieso ist Luna eines der spannendsten Ökosysteme meiner Meinung nach und immer noch meiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet. Ganz einfach. Schauen wir uns das Terra Luna Ökosystem an. Jetzt für die Mitglieder unter euch. Ihr habt eine ähnliche Grafik über ADA, also über Cardano bereits gesehen, mit dem Unterschied, dass 90% der Produkte, die ich da angeschaut habe, einfach noch nicht ready waren. Das heisst, bei diesen Produkten hier kann ich euch fast garantieren, dass ein grosser Teil bereits läuft oder zumindest in Beta-Version verfügbar ist und somit eigentlich auch bereits auf dem Markt ist. Was haben wir hier? Wir haben die Kernprodukte. Wir haben hier das Anchor-Protokoll. Das habe ich euch gezeigt. Also 20% Zinsen im Jahr. Wir haben Mirror. Mirror ist eine Möglichkeit, synthetische Produkte oder synthetische Vermögenswerte abzubilden. Wir haben das Pylon-Protokoll. Das ist auch im Kern drin. Wir haben hier Nebula und Ozone, quasi die Versicherungsprodukte. Hier gibt es noch andere Kernprodukte, wie zum Beispiel Chai. Chai ist in Südkorea eine Applikation, die sehr oft benutzt wird und die hierzulande nicht so bekannt ist, aber Terra eine sehr, sehr starke, ich sage mal, Integration da hat. Wenn wir in den DeFi-Bereich gehen und die Leute, die den DeFi-Kurs gebucht haben, die wissen, ich werde noch ein separates Modul zu Terra Luna rausgeben, die wissen bereits, dass hier auch Spannendes auf dem Luna-Ökosystem existiert, wie zum Beispiel das Mars-Protokoll. Mars-Protokoll gibt es jetzt noch nicht, aber das Mars-Protokoll wird eigentlich ein AWE-Äquivalent auf der Luna-Blockchain sein. Dann haben wir hier mit Anchor eine separate Sparte. Wir haben hier das Orion Money, wir haben Preserver, Harpoon und Lido. Lido ist auch ganz interessant, denn Lido ist für euch eine Möglichkeit, eure Ethereum einzuzahlen und 5,5% Zinsen darauf zu bekommen. Sie machen das, indem sie eure Ethereum nehmen und für Ethereum 2.0 staken. Das heisst, sie machen das mit dem Unterschied, dass sie euch ein bisschen mehr Liquidität dargeben. Das Lido könnt ihr wiederum verwenden, beziehungsweise ihr kriegt dann, glaube ich, B-Ethereum oder B-Eth und könnt das Ganze dann auf Anchor oder auf Mirror verwenden. Soviel ich weiss, ist es auf Anchor. Das heisst, ihr habt auf Anchor dann die Möglichkeit, eure B-Eth da wie einzuzahlen und entsprechend zu verwenden. Ich glaube, das steht hier genau, denn die Anchor Community und das ist super frisch, also das ist gestern herausgekommen, es ist nun offiziell, B-Eth als Kollateral wird auf Anchor rausgegeben. Bedeutet so viel, wie ihr habt die Möglichkeit, auf Anchor-Protokoll dann auch B-Eth als Kollateral, also als Sicherheit zu hinterlegen und dann ein Cash-Äquivalent rauszunehmen. Das heisst, das kann sein UST, das kann sein Luna etc. oder ANC. Das könnt ihr dann weiterverwenden im Ökosystem und basierend auf dem quasi immer weiter wirtschaften. Und das bringt mich eigentlich so ein bisschen zurück auf diese Übersicht, denn in jeder von diesen Applikationen, die irgendwie mit Terra zu tun haben, ist Anchor grundsätzlich ein sehr wichtiges Element. Denn fast alle Applikationen nutzen da Anchor irgendwo im Backend und sagen, gut, wenn du bei uns irgendwie deine Gelder einzahlst oder halt DeFi betreibst, nehmen wir das Geld und zahlen es automatisch auf Anchor ein, sodass du zumindest diese 20% oder 15% wie auch immer effektiv dann behalten kannst. Und das ist wiederum der Grund, wieso ich glaube, dass der Luna-Preis noch weiter steigen wird. Und da kommen wir natürlich wieder zu dieser Grafik, denn die Nachfrage nach UST wird steigen, weil man auf Anchor nach wie vor 20% Zinsen für UST bekommt. Und das wiederum wird den Kurs von Luna in die Höhe treiben. Das ist aber noch nicht alles. Also wenn wir jetzt rein vom Produkt und von der Technologie, für mich hat sich das nur noch weiter verbessert. Das heisst, ich würde hier weiter eine 8,75 geben. Für mich hat sich das Ganze nicht verschlechtert. Von daher eher im Gegenteil. Die Roadmap, das ist immer noch relativ gleich, gefällt mir nach wie vor nicht. Man muss aber dazu sagen, wer das Terra-Ökosystem verfolgt, wer das regelmässig auf Twitter auch anschaut, etc., der hat einen relativ guten Überblick, wie schnell und dynamisch diese Welt ist. Das heisst, selbst wenn wir eine Roadmap hätten, die Chance, dass die Roadmap aktuell akkurat ist, ist relativ gering. Ganz einfach aus dem Grund, weil man so schnell und so viel entwickelt und ich sage euch, also dieses Bild, das wir hier haben, das würde wahrscheinlich in zwei Wochen nochmal ganz anders aussehen, weil nochmal neue Applikationen dazu gekommen sind. Um da ein bisschen einen Blick darauf zu bekommen, empfehle ich euch einfach mal, den Gründer von Luna Duquan auf Twitter zu folgen, denn er twittert eigentlich auch regelmässig über dieses Thema. und dadurch ist natürlich das ganze Ökosystem so schnell und dynamisch, dass die Roadmap eben, ich behalte die mal so schlecht, aber für mich ist das nicht wirklich einen negativen Punkt, ich würde es sogar komplett weglassen und dann seht ihr schon, also das Rating verbessert sich dann gleich um eine 8,5. Dann kommen wir zu den Partnerschaften und auch da konnte Luna extrem stark punkten in den letzten Wochen. Ich kann hier nämlich diesen Tweet hier aufmachen und da haben wir grundsätzlich die Entwicklungen. Das Governance Proposal für Columbus 5, das ist eine Entwicklung, die auf Luna quasi jetzt kommen wird. Das beinhaltet ganz unterschiedliche Themen. Für dieses, ich sage mal, Thema oder für diese Details kann ich euch das Video von Daniel empfehlen, von Danku R. Ich werde das Ganze auch verlinken. Danku R oder Daniel hat sehr, sehr guten Content, was Luna anbelangt und ich würde euch da definitiv empfehlen, auch seinen Kanal kurz anzuschauen. Daniel ist übrigens auch Teil in unserer Community, ist also auch da relativ aktiv und wenn ihr eine Frage zu Luna habt, ist Danku R da auch bei uns auf der Discord-Gruppe. Dann haben wir hier Warmhole 2. Was ist Warmhole oder Version 2? Ganz einfach, wenn wir hier nochmal auf die Grafik gehen, dann sehen wir hier diese Bridges, also die Brücken in die Ethereum-Welt, in die BSC-Welt, Harmony und Solana. Warmhole ist die Brücke ins Solana-Ökosystem und jetzt mache ich hier diese Connection und zwar haben wir hier in der Mitte haben wir Kosmos. Für die Leute, die Teil vom Newsletter sind, die wissen, wie wichtig Kosmos ist, geworden ist und auch meiner Meinung nach bleiben wird, Terra Luna basiert auf Kosmos, bedeutet so viel, wie es ist eigentlich Teil dieser Kosmosischen Föderation. Jetzt ist diese Grafik von einem auf Twitter gezeichnet worden, aber ich finde, es repräsentiert das Ganze sehr gut. Solana ist so ein bisschen eine eigene Welt und bisher hatte man nicht die Möglichkeit, irgendwie in die Welt von Solana einzutauchen, ausser über eine mühsame Brücke. Das hat sich jetzt geändert, denn diese Warmhole Bridge ist jetzt offiziell, bedeutet, man hat die Möglichkeit, in die Ethereum-Welt sowie auch in die Solana-Welt relativ einfach einzusteigen und auch wieder rauszugehen. Bedeutet so viel wie, ich habe jetzt sagen wir Ethereum oder Solana und ich habe jetzt sagen wir via Lido BeEth erhalten, komme dann ins Luna-Ökosystem, habe dann auch die Möglichkeit auf diese 20% via Anchor und kann dann quasi weiter meine Zinsen noch vergrössern. Das heisst, ich kriege nicht nur die 5,5% auf meine Ethereum, sondern ich kriege hier auch die 20% auf Anchor und das ist natürlich, das ist so ein bisschen die Stärke des Luna-Ökosystems und deshalb würde ich auch hier bei den Partnerschaften, ich hatte hier eine 8,25 gegeben, ich werde hier noch weiter nach oben und ich zeige euch auch gleich wieso, denn wenn wir hier schauen, Anchor BeEth Collateral Onboarding wurde angenommen, ja das gibt es jetzt, also die BeEth, die man bekommt, die kann man auch auf Anchor dann verwenden, dann haben wir Coinbase und Travala Leute. Coinbase wird relativ bald UST launchen, das heisst, momentan ist es auf Coinbase Pro, später wird es auf Coinbase kommen und das wird die Nachfrage nach Anchor nur noch weiter steigen und was haben wir vorhin gesagt, wenn die Nachfrage nach Anchor steigt, steigt die Nachfrage nach UST, wenn die Nachfrage nach UST steigt, steigt die Nachfrage nach Luna beziehungsweise werden mehr Luna verbrannt, vernichtet, der Preis von Luna wird steigen, weil die Leute mehr in UST gehen und somit ist Luna ein spannendes Investment. Es geht aber noch weiter, denn auch Travala macht eine Partnerschaft mit Terra, indem sie UST quasi integrieren. Jetzt haben Travala eine Plattform, die ich auch für die Mitglieder bereits analysiert habe, vor ein paar Monaten, ist eine Art Airbnb oder Hotel Plattform, bei welcher man Sachen buchen kann und auch die erlauben nun die Bezahlung eines Stablecoins. Also stellt euch jetzt mal die Möglichkeit einer Applikation vor. Ihr kauft Luna, investiert oder tauscht es in UST um und investiert in Anchor. Nun habt ihr die Möglichkeit 20% darauf zu bekommen. Ihr werdet in UST bezahlt. Diese UST könnt ihr entweder als Dividende euch wie auszahlen oder als Zinsen oder aber ihr könnt das auf ein Zwischenkonto lagern, das mit Travala verknüpft ist und euch quasi automatisch die Möglichkeit gibt, auf Travala die UST zu bezahlen. Das wiederum gibt euch die Möglichkeit, Reisen via UST machbar zu machen. Und jetzt öffnet sich nochmal eine ganz, ganz grosse Sparte, nämlich etwa 3 Millionen Reiseprodukte in 230 plus Ländern mit der Möglichkeit in UST zu bezahlen. Also stellt euch vor Airbnb, Hotels.com und so weiter das gleiche mit UST zu bezahlen. Das heisst, die Nachfrage nach Luna, die Nachfrage nach UST wird nur noch weiter steigen. Da bin ich ganz stark davon überzeugt und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass das erst nur der Anfang war und dass der, ich sag mal, das Allzeithoch relativ bald auch geknackt wird. Wohin die Reise geht, ob 50, ob 100, je nachdem, auf wen man da hört, in dem Terra-Ökosystem ist ganz unterschiedlich. Meiner Meinung nach wird Terra noch sehr, sehr weit steigen und deshalb auch von mir auch bei den Partnerschaften, also das wird immer besser. Ich würde hier eine 8,5 geben, wenn nicht sogar eine 8,75. Wir kommen zum Thema Einfachheit und Verfügbarkeit. Wir sind jetzt auf CoinGecko und sind jetzt gerade in der Market-Sparte und was wir hier sehen ist, Binance ist sicher ein grosser Teil, OKX ist ein Teil, Huobi, KuCoin, also eher noch die kleineren Börsen neben Binance, die Luna zur Verfügung stellen. Aber ich glaube schon sehr stark daran, dass auch Coinbase bald kommen wird. Stand heute hat auch FTX die Möglichkeit Luna als Perpetual zu traden, das heisst hier sieht man das, also den Luna Perp kann man bereits auf FTX traden und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass auch FTX auf den Spotmarkt hier steigen wird. Das heisst hier bei der Einfachheit und Verfügbarkeit ist es ein bisschen höher als auch schon, aber nicht sehr stark. Bedeutet aber nach wie vor, dass das Gesamtrating sehr stark, also meiner Meinung nach stark gestiegen ist. Wie gesagt, wenn wir die Roadmap wegnehmen, ist es sogar eine 8,45. Wir lassen die Roadmap aber drin und ich möchte hier noch ein paar Fragen noch mal weiter erläutern. Welches Problem wird gelöst? Da können wir sicher diesen Teil übernehmen. Weiter können wir hier das Mars Protokoll heisst das Ganze nämlich Awe auf Luna. Weiter gibt es noch ein Produkt nämlich Pylon Protokoll. Pylon Protokoll, da können wir nämlich auch investieren, also ICO Investment beziehungsweise Launchpad auf Luna und das ist jetzt natürlich weiter hier entsprechend gestiegen. Jetzt formatieren wir das Ganze noch kurz. Wie gross ist der Markt? Das ist nach wie vor genau gleich. Ich würde sagen, mit jedem neuen Produkt wird natürlich die Marktgrösser um einiges höher, denn mit dem Mars Protokoll geht man dann sofort in die Marktkapitalisierung von Awe rein. Mit Anchor ist man in der Marktkapitalisierung einer Bank drin, mit Mirror im Bereich Synthetics etc. Von daher für mich nach wie vor sehr sehr grosser Markt und sehr sehr spannend. Wer oder was ist die Konkurrenz und da wird es natürlich spannend und da möchte ich euch einfach nochmal diese Grafik hier zeigen, denn die Konkurrenz Situation wird natürlich extrem entschärft mit diesen Bridges und die Bridges die sind gefragt, die möchte man effektiv auch, das heisst diese Bridges werden ultimativ auch der Grund sein, wieso die Konkurrenz Situation nicht so stark sein wird. Nichtsdestotrotz können wir natürlich das effektiv auch nehmen, das heisst wir können hier Anchor Staking Protokolle, DeFi haben wir sicher Aave etc. drauf, es gibt übrigens auch Terra Swap und da kriegt man übrigens 35% auf seine Luna, indem man Luna und B-Luna staked, auch das ein super Produkt, Terra Swap ist natürlich ein Konkurrent Uniswap, was für einen Vorteil hat der Halter und da können wir natürlich diesen Teil nehmen, das heisst Terra durch die Nutzung, Anchor die 20%, Mirror bis zu 200% durch die Aktien, beziehungsweise hier auf Terra Swap können wir 35% pro Jahr auf Luna B-Luna. Jetzt für einige ist dieser Teil der Luna B-Luna was das genau bedeutet ist ein bisschen unklar da verweise ich euch einfach kurz auf den DeFi Kurs Leute denn da erkläre ich euch wie ihr Liquidität zur Verfügung stellen könnt unter anderem auf einer Plattform wie Luna da werde ich das ein bisschen im Detail in einem separaten Modul zeigen das heisst unbedingt da den Kurs noch buchen ist das Projekt einfach kopierbar für mich ganz klar nein diese Geschwindigkeit die Terra beziehungsweise Luna hier an den Tag legt das ist für mich extrem positiv extrem spannend und ich glaube das wird so schnell keiner kopieren können mögliche Probleme oder Schwachstellen und ich würde sagen wir übernehmen hier gewisse Punkte vieles hängt an Duke One ist nach wie vor der Fall Mirror wie viele Produkte Vermögenswerte kommen auf die Plattform glaube ich nach wie vor daran Anchor werden die 20% auch in einem Bären Markt gehalten und da würde ich sagen ja das können wir sagen das war effektiv der Fall Terra wird es effektiv genutzt was machen die Zentralbanken wird es weg reguliert und das ist immer noch ein Fragezeichen denn Stand heute hat man zwar die Möglichkeiten das sehen wir hier auch auf diesem Teil es gibt X Stablecoins die auf Terra basieren das heisst unter anderem auch die koreanische WON die schweizer Franken und so weiter aber bisher war das noch kein Problem es kann aber sein dass das noch zu einem Problem wird die Frage ist wann und was passiert dann wenn das nach wie vor nicht ein Problem ist dann würde ich sagen kann man da diesen Punkt mal weglassen aber ich würde sagen für den Moment ist es effektiv noch ein Problem das andere oder die andere Frage ist Bridges werden sie genutzt wie stabil sind sie und dann natürlich mögliche Hacker Attacken ja Stand heute die Podcast Hörer wissen ich habe morgen darüber berichtet beziehungsweise ihr habt es eventuell auch schon in den Nachrichten gelesen 611 Millionen US-Dollar wurden von einem DeFi Protokoll gestohlen das ist nicht wenig Geld das sehr viel Geld das hat Terra so natürlich noch nicht getroffen jetzt ist die Frage wird da noch etwas auf Terra zukommen oder eben nicht das ist eine ganz ganz grosse Frage nach wie vor ich bin sehr bullish was Terra anbelangt ich bin selber auch investiert in Luna glaube an eine Zukunft und werde das dann auch bald in der Mitgliedschaft in meinem Portfolio entsprechend aufzeigen Das war's von der heutigen Analyse was haltet ihr von Terra Luna ist es der nächste Moon Coin der Luna Coin quasi gerne in die Kommentare oder via E-Mail oder gerne auch in der Mitgliedschaft darüber zu diskutieren ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Analyse wieder macht's gut und bis dann